In dem heutigen Video erkläre ich dir, wer Georg Friedrich Händel war und wie seine Reisen sein musikalisches Schaffen prägten. Georg Friedrich Händel kam am 23. Februar 1685 in Halle an der Saale zur Welt. Sein Vater Georg arbeitete als Barbier und Arzt. Seine Mutter Dorothea war Pfarrerstochter. Schon als Junge bekam er Orgel- und Geigenunterricht. Obwohl sein Vater ihn bei seinem weiteren musikalischen Weg unterstützt hätte, entschied sich Händel zunächst dazu, Jura zu studieren. Das Studium brach er jedoch bald ab, verließ Halle und ging nach Hamburg, um dort als Violinist an der Ersten Deutschen Oper zu arbeiten. Kurz darauf führte er seine eigenen Opern auf und begeisterte das Publikum. Im Jahr 1706 zog es Händel nach Italien. Dort verbrachte er vier Jahre. Die Adeligen dort nahmen ihn gerne auf. So hatte Händel reichlich Gelegenheit, sich mit der italienischen Oper zu beschäftigen. Auch nach seiner Zeit in Italien blieb Händel nie lange an einem Ort und pendelte zwischen London und Hannover. In England war Händel sehr erfolgreich und wurde von Königin Anne äußerst gut bezahlt. 1727 erhielt er das englische Bürgerrecht. Heute würde man dies Staatsbürgerschaft nennen. Händel komponierte rund 40, fast ausschließlich italienische Opern, 25 Oratorien, Kirchenmusik für den englischen Hof sowie Orchester, Kammer- und Klaviermusik. Zu seinen bekanntesten Werken gehört Messia, also der Messias, das das weltbekannte Halleluja enthält. Die festliche Auftragskomposition des englischen Königs Feuerwerksmusik zählt zu den berühmtesten Werken der Barock-Epoche. Im Jahr 1751 begann Händel zu erblinden. Dennoch leitete er weiterhin seine musikalischen Aufführungen und spielte selbst die Orgel. Am 14. April 1759 verstarb Händel schließlich mit 74 Jahren in London. Er hinterließ ein Vermögen von umgerechnet etwa 4 Millionen Euro. Am 20. April wurde er beigesetzt. Trotz seines Wunsches nach einer stillen Beerdigung erschienen etwa 3000 Trauernde, um den großen Musiker zu verabschieden. Am 21. April 1852 verstarb Händel zu er 붉enende werden, um den großen Gebelaufgang hinуется. Am 21. April 1904 머�남 14 nowadays. Am 21. April 20. April amplify Sch Sterling.